Wissen Sie, was Sie sich in Garten stellen? Nein, wie wäre es mit einer Windkraftanlage von Kuhnwind? Die ist auch sehr kostengünstig, denn sie kostet nur 650 Euro und hat eine Nennleistung von 1 Kilowatt. Also weg von Atomkraft, auf zur Windkraft. Jetzt bestellen unter grün-wind.de.tl Die Windkraftanlage von Kuhnwind